Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot, Stephansdom und auch den Rathausmann. Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Oktota im Kabel, da mach ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Oktota im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah, mit mächtig viel Bravour. Mit dieser sommerlich bekleideten jungen Dame mit dem Frühlingsblümchen beginne ich meinen heutigen Stadtspaziergang und sie sieht unter sich jene Hundstürmer Linienkapelle. Und damit ahnt ihr auch schon, wo ich bin, nämlich im 5. Bezirk. Genauer gesagt beginne ich beim Hundsturm, der wegen dieses Vierbeiners offensichtlich seinen Namen bekommen hat. Im Kreiskypark gleich neben der Linienkapelle begrüßt mich hier dieser heilige Florian. Und im Park schnabulieren hier diese Tauben ungeniert. Lassen sich nicht mal stören, wenn man mit der Kamera näher rückt. Coole Typen, diese Vögel. Ja, benannt ist der Park nach Dr. Bruno Kreisky, dem berühmten österreichischen Politiker. Aber auf diesem Stein werden wir an den ehemaligen Namen des Parks, nämlich St. Johann Park, erinnert. Ja, und wenn ihr diese Tafel jetzt nicht gut lesen könnt, ist das kein Problem. Zumindest den Titel lese ich euch vor. Schubert Linde. Und es handelt sich offensichtlich um jenem Baum, den Franz Schubert gerne über seinem Haupt der Rauschen ließ. Und natürlich ist auch dem Namensgeber des Parks, Dr. Bruno Kreisky, hier ein Denkmal gewidmet. Und wer von euch weiß, auch in welchem Haus Dr. Bruno Kreisky seinen ersten Babyschrei getan hat? Nun, hier habt ihr's. Haus Nummer 122 in der Schönbrunner Straße. An den Gründerzeithäusern im 5. Bezirk, so wie hier an Schönbrunner Straße 110, findet man auch immer wieder verspielte Details. Ja, und den Kontrast zur Gründerzeit liefere ich euch jetzt mit dieser Wandmalerei in der Mauthausgasse. Topmodern würde ich mal sagen, aber die Maut war früher zu bezahlen am Linienwall, der dort war, wo heute der Gürtel ist. Ohne Titel heißt diese Plastik in der Amtshausgasse 3 bis 5 Bräuhausgasse. Und offensichtlich hat sich ein Nachwuchskünstler erbarmt und dem Ganzen wenigstens ein Gesicht verpasst. Ja, und an der Pfarrkirche St. Josef haben wir einen klassischen Heiligenauflauf. Da haben wir zunächst einmal den Rochus, dann Sebastian, und das sollte Stefan sein, und dann Johannes Nepomuk, und ums Eck die Margareta. Und der Schubert Franzl wurde in dieser Kirche eingesegnet vorm Begräbnis. Hic et nunc. Und das hat jetzt nichts mit Salfan zu tun, sondern ist lateinisch und bedeutet hier und jetzt und ist der bezeichnende Titel dieser Skulptur in der Margaretenstraße. Damit sind wir auch schon beim Margaretenplatz angelangt, und dieser wird beherrscht vom Margaretenhof. Und er heißt nicht nur Margaretenhof, er hat natürlich auch einen Hof und ist einer der größten Bauten mit Wohnungen aus der Gründerzeit, die in Wien erhalten sind. Mit wunderschönen Balkonen. Hier lohnt es sich also doch zu wohnen. Und ein Turmzimmer mit Aussicht hat der Margaretenhof auch anzubieten. Und ein Turmzimmer mit Aussicht Wo der Margaretenhof ist, ist die Margarete selber auch nicht weit. Und zwar steht sie am Margaretenbrunnen, am Margaretenplatz und das Ganze schon seit 1836. Eines der vielen momentan nicht bespielten Filmhäuser oder Kinos ist das Filmcasino in der Margaretenstraße, eines der ältesten Kinos Wiens. Ja, und nun wollen wir uns ein bisschen im Schlosskarree umsehen. Das Schlosskarree sind Häuser mit Innenhöfen und allen möglichen Wohnannehmlichkeiten, die auf dem Grund des früheren Schlosses Margareten errichtet wurden. Ja, und auch diese Herren wohnen offensichtlich hier im Schloss Quadrat. Ja, was ist das? Scharniggarten? Oder vielleicht die Zuschauertribüne für dieses Fußballstadion? Oder ist es vielleicht gar die Zuschauertribüne für diesen Musikus? Apropos Musik. Falco mit bürgerlichem Namen Hans Hölzl wurde in Margareten geboren und Franz Schubert, der berühmte Komponist, starb eben dort. Ja, das Schlosskarree bietet auch wirklich liebenswerte Details, so wie diesen Traktor auf drei Rädern, der natürlich so nicht fahren kann. Doppelter Vicky, ich meine zwei starke Jungs? Nein, nein, aber diese zwei Stämmen doch einen ganz gewaltigen Erker und zwar in der Gartengasse 28 Ecke Margaretenstraße. Am Haus Zentergasse 31 sehen wir dieses offensichtliche Mitglied der arbeitenden Gesellschaft. Bemerkenswert ist hier am Zentergasse 12 nicht nur das Mosaik an sich, sondern auch der Wahlspruch von Lao Tse, der unten steht. Hm, er dürfte wohl die letzte Schlacht im Kinderzimmer nicht überlebt haben. Diese vier über dem Haus der Stolberggasse 25 könnten wohl Landarbeiter sein. Vor der sehr modernen Kirche St. Florian in der Wiednerhauptstraße steht jene Pietà aus dem 17. Jahrhundert. Ein interessanter Kontrast. Spielende Kinder lautet der Titel dieses Stein Fries in der Lorenzgasse 14 bis 18. Musik Das Denkmal des Bildhauers Hans Gasser steht vor dem Haus Margaretengürtel 18. Über der Einfahrt zum Theodor-Körner-Hof in der Rhein-Pricht-Dorfer-Straße 1a bis 1c befindet sich dieses Relief. Was Sigurd Jakobsen für die Wiener Kinder getan hat, könnt ihr hier mitlesen. Er steht sinnvollerweise natürlich vor einem Kindergarten, der dieses wunderbare Mosaik auch anzubieten hat. Musik Auch diese zwei Schönheiten findet man am Theodor-Körner-Hof, allerdings in der Siebenbronnen-Feldgasse. Und wenn der ganze Bau schon Theodor-Körner-Hof heißt, muss natürlich auch ein Denkmal für diesen berühmten Politiker Österreichs dastehen. Freunde, oder vielleicht doch mehr, nennt sich diese Bronze-Plastik am Margaretengürtel 64 im dortigen Gemeindebau. 48er Müllabfuhr mit Nichten. Hier geht es um den Christophorus, der hier allerdings in einer sehr modernen Version dargestellt ist. Astrologisch, nämlich mit den zwölf Tierkreiszeichen, geht es bei uns weiter. Einmal rundherum um diesen Brunnen und hinaufgeschaut. Siehe da, auch die Brunnenfiguren könnte man ein bisschen astrologisch betrachten, nämlich der große und der kleine Bär. Das Ganze am Margaretengürtel 82. Margaretengürtel 100 bis 108, das ist der Reumannhof, benannt nach Jakob Reumann, dem großen sozialistischen Politiker. Natürlich auch sein Denkmal hier zu finden. Beim Franz-Thomas-Hof, Margaretengürtel 126, sticht sofort diese Figur ins Auge. Ein Sonnenanbieter, würde ich mal sagen, ist er in jedem Fall. Ja, und wie wird wohl ein Brunnen heißen, der am Siebenbrunnenplatz steht, auch wenn es nur ein Brunnen ist? Na logisch, er heißt Siebenbrunnen. Ja, und mit diesem Schutzengel am namensgleichen Gemeindebau in der Kriehubergasse mache ich mich auf den Heimflug, pardon, Heimweg. Ich bin froh, was soll ich mich auf den Heimweg? Ich bin froh, was soll ich mich auf den Heimweg? Ja, und wie wird wohl ein Brunnen, der in der Kriehubergasse machen. Das war's, was soll ich mich auf den Heimweg? Untertitelung des ZDF für funk, 2017